Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Ich hoffe du hast ein bisschen Hunger mitgebracht. Ja, denn heute gibt es das Unboxing von der Degusta Box November 2018. Ich bin ganz gespannt was drin ist. Ich habe sehr sehr großen Hunger. Das heißt, ja, es ist Zeit für Yum Yum. Und am besten holst du dir auch was zu essen und zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Degusta Box habe ich im Abo. Die bekomme ich monatlich. Ich kann das auch monatlich kündigen. Unten in der Infobox steht auch ein Link dazu. Da kannst du die dann auch günstiger bekommen. Die kostet ungefähr, nein die kostet nicht ungefähr, die kostet ziemlich genau 14,99 Euro im Monat. An dieser Stelle ein ganz 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 großes Dankeschön an euch alle. Ihr habt rege, rege, rege meinen Code benutzt und dadurch habe ich die ein oder andere Box dann jetzt auch tatsächlich gratis bekommen. Vielen, vielen Dank. Das ist so cool, dass ihr die dann auch alle testet. Und ja, finde ich richtig cool. Dann kann ich das nämlich immer mit euch weitermachen und euch immer wieder schön die Degusta Box zeigen. Und ja, das freut mich. Dankeschön. Echt. Finde ich richtig cool. So, dann machen wir das schöne Schätzchen mal auf. So, ich versuche sie mal hochzuheben. So sieht das schöne Schätzchen immer aus. Da hast du halt hier so ein Papiervieh drin und eigentlich wie bei den Beauty Boxen auch so ein Sticker mit drauf. Gebrauchsanweisung, aufmachen, freuen, genießen und teilen. Das mit dem Teilen ist immer so eine Sache, ne? Ein Teil davon wird auch immer geteilt. Aber manchmal esse ich das ja schon auf, wenn ich hier mit euch sitze. Wir haben da immer was zu essen und zu trinken drin. Man kann, wenn man die Degusta Box abonniert, beziehungsweise wenn man sein Profil am Anfang anlegt, auswählen, ob man das jetzt mit Alkohol haben möchte oder ohne. Ich habe das immer ohne Alkohol, weil ich nicht so gerne Alkohol trinke. So, das sieht auch schon mal vielversprechend aus. Es lächelt mich schon mal einiges an. Hier haben wir so einen Flyer mit drin, Emil Reimann. Und da ist ein Christstollen abgebildet. Und ich habe hier auch schon in der Box gesehen, dass da ein Christstollen drin ist. Hier haben wir so einen Flyer mit drin, wo drin steht, was drin ist. Und auch die Preise, die verlinke ich euch, äh, verlinke ich euch, die schreibe ich euch hier oben ja immer rein. Okay, und wie man schon sieht, es soll die Weihnachtsbox sein, weil die jetzt ja Ende November kommt und die für Ende Dezember ist dann wahrscheinlich eine Silvesterbox. Mal gucken. Ich bin ganz gespannt. Und hier steht ja auch schon drauf, Christstollen und sowas. Das wird gut. Ich stelle die Box mal eben auf den Boden, ne? Sonst knister ich euch immer einen vor. Fangen wir an mit einer Schokolade von Haché. Welcome Winter, Hello Christmas, dunkle Vollmilch, Heidelbeer, Ahornsirup. Okay, ich bin gespannt, wie die schmeckt. Ich mag eigentlich keine Schokolade mit Früchten drin, aber so jung kommen wir nicht nochmal zusammen. Also meine Mama hat immer gesagt, man muss erst probieren und dann kann man sagen, ob man es wirklich mag oder nicht. So, hat hier so eine Alufolienverpackung. Dann probiere ich mal ein Stück. Das hat so einen flüssigen Kern. Okay, das ist interessant. Die mag ich. Weil diese Heidelbeere nicht so krass ist. Also ich würde sagen, das ist die erste Schokolade, wo Früchte drin sind, die ich mag. Und das ist ein großes Kompliment. Sehr gut. Und Heidelbeeren sind ja auch noch gesund, ne? Wenn man sich das nur ordentlich einredet. Als nächstes habe ich hier Erdnussflips drin. Ich liebe Erdnussflips. Die konnte ich jetzt auch machen, weil wir die heute Abend essen werden. Oh, geil. Das sind diese, steht hier auch drauf, diese Mega-Ossis. Und dann auch noch die Originalen von Lorenz. Mega gut. Als nächstes habe ich etwas drin, was nicht gerade klein ist. Ein Christstollen. Ein richtiger Dresdner Stollen. Eben von diesem E-Mail-Reimann. Und mit Auszeichnung. Oder was auch immer das ist. Echtheitszertifikat oder so. Mega cool. Wir bekommen heute Nachmittag Besuch. Deswegen kann ich den tatsächlich aufschneiden. So. Dann habe ich jetzt gerade mich und meinen Freund mit diesem Stollen versorgt. Und dann werden wir den mal probieren. Richtig lecker. Der hat mir richtig gut geschmeckt. Doch. Muss ich sagen. So. Jetzt fühle ich mich schon mal ein bisschen gestärkt. Mal gucken, was sonst noch in der Box drin ist. Also der Christstollen. Mega gut. Mega zum Thema passend. Und echt lecker. Da esse ich mir gleich noch mehr von, glaube ich. Als nächstes haben wir hier drin von Eucal Gummi-Trops mit Eisminze. Gummi-Trops? Das müssen wir nach dem Christstollen jetzt erstmal Gummi-Trops essen, ne? Voll gut. Okay. Ich glaube, die sind sehr, sehr frisch. Ich mag nicht so diese ultra frischen Sachen. So sehen die aus. Sie sehen schon ganz niedlich aus, ne? So. Huh. Das zieht jetzt durch die Nase. Uh. Hah. Mhm. Huhu. Huhu. Ein interessanter Zeitpunkt, um sich einen Gummi-Trops im Eucal Eisminze reinzuziehen. Ha. Aber für zwischendurch garantiert total lecker. Weil die auch ziemlich schnell weg sind. Also, dass man die halt schnell aufgegessen hat, ne? Huhu. Aber lecker. Habe ich die überhaupt schon in die Kamera gehalten? Ich weiß es gar nicht. So sehen die übrigens aus. Oh, super. Dann haben wir hier Vollkornbrot für Kinder von Pema. Unser Sandmännchen. Interesting, interesting. Laktosefreies Brot. Wie geht das denn? Ja gut, veganes Brot ist jetzt nicht allzu schwer. Ballaststoffreich, ohne Zugabe von Konservierungs- und Zusatzstoffen. Wie lange ist sowas denn haltbar? Normalerweise ist Brot doch jetzt nicht so ewig haltbar. Was? Bis zum 18.02.2019 ist das haltbar? Das ist irgendwie interessant. Da muss doch irgendwas drin sein, was das irgendwie so... Naja, ohne Zugabe von Konservierungs- und Zusatzstoffen. Das finde ich wirklich interessant. Joa, werde ich mir demnächst mal mit auf Arbeit nehmen und gucken, wie das so schmeckt. Aber es ist halt Brot, ne? Hafervollkornbrot, Zutaten, Getreideerzeugnisse 49%, Roggenvollkorn, frisch geschrotet, teilweise als Natursauerteig, Vollkornhaferflocken, Wasser, Weizenkeime, Ergavendicksaft, Hefe, Salz. Kann Spuren von Süßlupinen enthalten. Interessant, dass ein Brot so lange haltbar sein kann. Schockiert mich doch ein bisschen, ne? Aber naja, wird auf jeden Fall getestet. Aber da man es innerhalb von drei Tagen aufbrauchen soll, wenn das geöffnet wird, mache ich das jetzt nicht auf. Weil das wäre verschwendet. Was ist das? Little Drink with a Big Zing. Chili Zinger. Oh nein. Das sieht schon so böse aus. So rot hier, ne? Apple, Lime and Chili. Intense and hot. Ich habe ein bisschen Angst. Aber Leute, ich habe hier notfalls noch die Erdnussflocken, mit denen ich nachspülen könnte. Aber ich muss ja ein bisschen was trinken, ne? Bio Apfel und Limettensaft mit Chili. Ich habe Angst. Ich habe wirklich Angst. Ich trinke mir dann einen kleinen Schluck. Es riecht, als würde es scharf schmecken. Ich habe Angst. Prost, Leute. Es ist irre sauer. Ich weiß nicht. Ja, jetzt kommt die Schärfe. Hm. Hm. Warum? Wofür ist sowas? Ist das gesund? Wake yourself up. Okay? Zum Aufwachen. Werde ich dadurch wach? Habe ich noch nicht viel getrunken, ne? Ein bisschen Angst. Nee. Oh. Nee, du. Nicht so meins. Als nächstes haben wir etwas von Tilda drin. Die Verpackung ist schon mal vielversprechend und sieht sehr charmant aus. Hier haben wir drin gedämpfter Basmati mit indischen Pila-Gewürzen. Pila? Pila? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall sollen wir es innerhalb von zwei Minuten fertig haben. Das finde ich interessant. Einfach in der Mikrowelle. Das werden wir dann wahrscheinlich heute Mittag, heute Abend, wann auch immer essen. Oder ich nehme mir das mal mit auf Arbeit. Das wäre ja auch ganz cool, ne? Weil wenn du das innerhalb von zwei Minuten nur in die Mikrowelle machen sollst, ruckzuck, hast du direkt was Leckeres zu essen auf Arbeit. Cool. Als nächstes habe ich hier drin einen Müsli-Riegel, Edelmarzipan-Riegel, Walnuss von Veganz. Boah, mir ist so warm von diesem Trink eben. Leute, wäre echt... Oh, mir ist so warm. So, den machen wir hier mal auf. Ach, der ist mit Schoki außen und rumzu. Ja gut, hier vorne ist auch Schoki abgebildet, ne? Okay, so sieht der aus. Ach so. Mhm, da ist ziemlich viel Marzipan drin. Ist jetzt nichts Besonderes, schmeckt aber ganz gut. Mag ich wohl. Schmeckt nach... Tja. Halt ganz extrem nach Marzipan. Hauch Walnuss hast du da mit bei. Es gibt so Süßigkeiten in der Weihnachtszeit, die auch so mit Marzipan gefüllt sind. Unheimlich viele, ja, ich weiß. Aber ich... Irgendwas... An irgendwas erinnert mich das. Aber ich finde es lecker. Wird jetzt nicht direkt aufgegessen, weil man noch so... Von dem Chili-Kram ist, aber... Im Laufe des Tages wird es vernichtet. Okay, Winterfrühstück Apfel, Orange, Granat, Apfel. Hier haben wir den Saft von Valensina mit drin. Und probieren wir doch mal. Oh, der riecht schon mal sehr zimtig. Sehr, sehr zimtig. Ja, mit Dattel und Zimt steht hier auch drauf. Aber schmeckt gut. Ja, das schmeckt wohl. So, als letztes haben wir hier drin eine Dose von Apfel Makrelenfilets mit Olive. Die werde ich jetzt nicht aufmachen. Ne, nein, nein, wir haben eben hier alles geputzt und für Brés und so. Ne, weil wir gleich Besuch bekommen, mache ich jetzt keine Makrelenfilets auf. Ja, die werden wir uns heute Abend vielleicht zu der Ofenkartoffel essen. Ich glaube, das wird eine ganz gute Kiste. Interessant. Finde ich lecker. Also sowas mag ich wirklich gerne. Ich mag so Fische in der Dose. Ich habe damals mit meinem Papa immer diese Fischdosen gehabt, die so in Tomatensauce waren. Oh, die fand ich immer so geil. Das war für mich so Kindheit. Ne, wenn Papa zu Hause ist und man das dann zusammen gegessen hat. Oh, ein Traum. Richtig lecker. Ja, und das hier ist jetzt halt Makrelenfilet mit Olive. Ich denke, das wird dann ein Stück weit gesünder sein als mit der Tomatensauce. Jo, aber interessant. Ich mag sowas. Ich finde das lecker und ich habe Bock auf Fisch. Fisch ist gesund. Das war es schon. Ich finde, irgendwie war das ganz schön wenig. Aber es ist nur so vom Gefühl her, ne? Sonst war das irgendwie auch mal mehr. Also, weiß ich nicht. Irgendwie, hm. Als Winteredition hätte man vielleicht ein bisschen mehr reinmachen können. Wobei der Christstoll, glaube ich, auch ziemlich, ziemlich teuer ist, ne? Also von daher, der hat schon ordentlich was rausgehauen. Ja, ihr Lieben, ich blende euch hier mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Ich bin ganz gespannt. Also der ist ja auf jeden Fall über 15 Euro. Ich würde jetzt sagen, anhand des Christstollens liegen wir bestimmt bei ungefähr 30 oder so. Ich bin so schlecht im Schätzen. So, so schlecht. Aber das ist so meine Einschätzung. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ich bin auf jeden Fall halbwegs satt. Gleich esse ich mir noch ein bisschen Christstollen. Nachher gibt's auch noch Kuchen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lasst es euch ganz einfach gut gehen. Fühlt euch ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke euch hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Abo-Boxen, Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.